Wir können eigentlich ein ganz gutes Licht gebrauchen. Schaumwerfer? Ja. Jetzt ist es ganz gut. Noch ein kleines bisschen. Wir haben die Tür mit den Videos an. So. Jetzt kannst du gleich hin, der Hals noch frei machen. Auch mit dem. Und hier, und hier. Den kann ich ja nicht ganz weg machen. Dann muss ich wieder auf den Hals machen. Ganz hoher. Die Engel wird sich tot. So. Blöde Schnappen. Und der Kopf ist noch auf der einen Seite Männer auf der Seite. Ja, das weiß ich. Und zwar hier muss noch ein bisschen was weg. Genau. Katrin. Ich vergleiche von vorne, dass die Fahne gleich noch weg ist. Ja, das alles muss eigentlich weg. Ja, das alles muss eigentlich weg. Wahnsinn. Ja, darf ich? Mach du, mach. Du musst von vorne, ne? Aufpassen, dass man es in den Übergang holt. Also die Zahal begrenzt. Ja, wenn ich mit dem Scher so ein bisschen nachmachen. Ja. Ja. Ja, das reicht. Das reicht. Oder? Ja. Ja. Da reicht mit dem Scher. Ja. Hier müssen wir doch gleich mal über die Franzen so ein bisschen drüber schleichen. Ja. Ja. Also ich finde es loopt. Oh mein Gott. Oh.